Ein Juraprofessor zieht jetzt gegen die Ampel vor Gericht und zwar wegen dem Aus bei der Kernenergie. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Was für eine spannende Schlagzeile, denn sollte hier dieser Juraprofessor tatsächlich Erfolg haben vor Gericht, dann könnte das Verfassungsgericht die Änderung des Atomgesetzes der Ampel, die ja erst zum Aus der Kernenergie und der letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland geführt hat, für nichtig erklären und theoretisch, aber nur theoretisch, würde das denn ja bedeuten, dass die Meiler und so wieder in Betrieb genommen werden müssen. Jetzt aber die spannende Frage, warum, wieso, weshalb hat überhaupt dieser Juraprofessor namens Michael Kotula von der Uni Bielefeld eben die Regierung verklagt? Wobei dieses Verklagt bei der Bild-Zeitung hier in Gänsefüßchen gesetzt ist. Das bedeutet, es handelt sich hierbei eher um eine Verfassungsbeschwerde. Rein rechtlich gesehen weiß ich jetzt nicht, wie das vom Verfassungsgericht dann gehandhabt wird, ob es mit demselben Ernst und so weiter vonstatten geht, wie bei einer tatsächlichen Klage. Man wird sehen, jedenfalls ist der Grund dieser ganzen, ob nun Klage oder Beschwerde, ich werde jetzt einfach mal weiterhin Klage sagen, folgender, dass die Bundesregierung gegen ihre Pflicht zum Klimaschutz der Freiheit von künftigen Generationen verstößt. Und das ist natürlich äußerst brisant, weil man stellt sich jetzt die Frage, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Diese Ampelkoalition, das ist doch die Fortschrittskoalition samt grünem Wirtschaftswunder und so weiter. Hat etwa dieser Professor hier etwa den Schuss nicht gehört? Die Grünen und die Ampel insgesamt, das sind doch die, die jetzt aktuell das Klima alleine retten auf der ganzen Welt. Und hat er etwa noch nicht mitbekommen, wie viel tolle die Gesetze, die bisher auch auf den Weg gebracht haben, um das Klima zu retten? Nun sagt er sich eigentlich nicht so wirklich, denn das Bundesverfassungsgericht selbst hatte dazu ein Urteil gefällt, einen sogenannten Klimabeschluss. Und dort hieß es wie folgt, da war nämlich aus dem Jahr 2021, dass die Bundesregierung schon heute CO2-Mengen zuteilen müsse, um in Zukunft besonders drastische Freiheitseinschränkungen zu vermeiden und die künftige Freiheit durch die heutige Klimapolitik nicht unverhältnismäßig zu belasten. Mit anderen Worten oder auch auf Deutsch gesagt, je mehr CO2 man heute aktuell in die Atmosphäre bläst, desto stärker müsse der Gesetzgeber, wenn er weiterhin seine klimapolitischen Ziele verfolgen will, in Zukunft auf die Bremse treten. Ja, hier dürft ihr jetzt all eure ganzen dystopischen Annahmen für die Zukunft euch vorstellen von Klima-Lockdowns bis hin zu CO2-Budgets und anderen Dingen, die halt eben jeder Bürger irgendwann zugeteilt bekommt, weil eben es nicht gelungen ist, den gesetzlichen Vorgaben jetzt aktuell zu entsprechen. Ob das insgesamt alles jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Debatte. Fakt ist nur, dass dieser Juraprofessor sagt, dass die Ampelregierung mit dem Aus der Kernenergie eben gegen diesen Beschluss des Verfassungsgerichts verstoßen hat. Und jetzt mal kurz die rechtlichen Details außer Acht gelassen, rein logisch betrachtet formuliert, müsste man eigentlich schon mal direkt zustimmen. Weil gerade in einer Phase, wo man ja beispielsweise weniger Gas erhält, trotzdem die Energieversorgung gewährleisten muss, in so einer Notlage die Kernkraft abzustellen, was nachweislich, wie wir ja jetzt auch wissen, ja, also Katrin Göring-Eckardt hat natürlich damals gesagt, diese blöde Kernenergie, die verstopft sowieso die ganze Zeit nur unsere Netze und so, und die wird sowieso nicht zu teureren Preisen führen. Mittlerweile wissen wir, dass das nicht so ganz der Wahrheit entsprochen hat. Und jetzt ist es halt eben so, ja, dass dieser Professor einfach gesagt hat, mir reicht es jetzt zusammen mit seiner Tochter und noch einigen anderen hier hat er jetzt diese Verfassungsbeschwerde auf den Weg gebracht. Und dieses RKW-Aus hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass wir jetzt höhere Preise und so weiter haben und mehr Strom importieren müssen, als wir davor exportiert haben, zu Preisen, die auch ziemlich hoch sind, sondern es hat ja auch dazu geführt, dass wir mehr CO2 ausstoßen, nämlich in Form von 15 Millionen Tonnen zusätzlich, die jetzt ausgestoßen werden, weil ja weiterhin die Kohle läuft. Wir haben es sogar gesehen, ja, weil man die Grundlast weiterhin aufrechterhalten muss und weil die sogar mittlerweile die Bundesnetzagentur nicht mehr an die Pläne von Habeck und so weiter glaubt, dass da 40 H2-Ready-Kraftwerke und so weiter gebaut werden in den nächsten 5, 6 Jahren. Die denken sich, naja, die schaffen es schon nicht mal, simple, einfache Sozialwohnungen in dem Umfang zu bauen, was sie eigentlich wollten. Wie sollen es die da schaffen, diese hochkomplexen, wasserstofffähigen Kraftwerke zu bauen, wo dann ja auch immer noch die Frage besteht, woher bekommt man dann den ganzen grünen Wasserstoff, wenn man ihn wirklich grün haben will, weil das LNG-Gas und so weiter und all diese ganzen Dinge, die man über die Weltmeere verschifft, die sind alles andere als grün, wenn man den Methanausstoß und so weiter noch mit alles verfolgt. Also das heißt, auch wenn man dann Wasserstoff dann haben will, muss man ja überlegen, wie kriegt man den nicht nur clean hin, also grün, sondern gleichzeitig auch noch finanzierbar. Und da sagt dann die Bundesnetzagentur zu den aktuellen Kohlekraftwerkbetreibern, ihr dürft die nicht abschalten. Und das wird ja weitere CO2-Belastungen sein. Das heißt, die Argumentationsgrundlage, auf die sich hier dieser Juraprofessor stützt, ist durchaus handfest, wenn ihr mich fragt. Die Tochter von ihm, Katharina Kotula, sagt auch, der Kanzler muss endlich ehrlich Rechenschaft vor den Bürgern ablegen. Wie will er künftig die Versorgung unseres Wirtschaftsstandortes mit grundlastfähiger und sauberer Energie sicherstellen? Nein, davon hängt unser Wohlstand ab. Wer Klimaschutz ernst meint, darf auf keine emissionsarme Möglichkeit der Energieerzeugung verzichten. Das sind die Worte von Katharina Kotula. Durchaus fundiert. Und jetzt ist die spannende Frage, naja, was würde denn im Erfolgsfall passieren? Ich meine, das Verfassungsgericht hat vielleicht selbst mittlerweile ein bisschen Mitleid mit der Ampelregierung, aber ich glaube nicht, dass die dieses Mitleid irgendwie über ihre Pflicht als Verfassungsrichter stellen würden und tatsächlich sagen würden, naja, wenn wir dem zustimmen, dann ist eben diese Änderung des Gesetzes damals, was zum Aus von diesen Kernkraftwerken geführt hat, nichtig. Und das würde ja theoretisch, was würde das bedeuten? Dass wieder neue Firmen neue Kernkraftwerke bauen könnten und so weiter. Ich meine, die ganze Grundlage dessen, was die Grünen ja auch immer früher gesagt haben, schlussendlich muss man auch sagen, aber ja auch die Union ganz klar auf den Weg dann schlussendlich gebracht hat, die basierte ja auch darauf, ja, Kernenergie und so weiter, alles zu unsicher. Guckt euch an, was in Japan passiert ist. Wir schalten lieber alle unsere Kernkraftwerke ab. Problem ist so eine ganze Sache, das ist ja ein deutscher Sonderweg. Und schon unsere Nachbarn auf beiden Seiten, nicht nur Frankreich, ja, sind ja von diesem Sonderweg nicht so begeistert. Und jetzt schaut euch mal an hier, ne, was wir gerade beim Kollegen Miro hier alles gerade gefunden haben zu dem Thema. Die Niederlande planen Mini-AKW an der Grenze direkt zu NRW. Ja, die Regierung in den Niederlanden hat dafür extra 65 Millionen Euro bereitgestellt. Polen auf der anderen Seite baut auch eher AKWs. Egal wie viel die Deutschen protestieren. Das heißt, wir können dann zwar sagen, hey, wir haben vielleicht keine so unsicheren Kernkraftwerke mehr in Deutschland. Ja, aber unsere Nachbarn haben das weiterhin. Das heißt, hier sieht man wieder, eigentlich ist diese Regierung, die auch immer sagt, wir sind Europäer, nicht so wirklich europäisch, sondern ziemlich nationalistisch. Sie kümmern sich nur um das, was innerhalb dieser Grenzen angeht, was das Kernkraftthema angeht, was andere Themen angeht, wie die Sicherheit und so überhaupt nicht. Ja, und merken gar nicht, wenn die Nachbarn aber genau das Gleiche machen, dann ist das eh nicht, bringt das ja eh nichts. Großartig. Ja, wenn es zu so einem tatsächlichen Kernkraft-Fiasco kommen würde, was sie sagen. Bei den ganzen modernen Anlagen ist das Risiko sowieso verschwindend gering mittlerweile. Es gibt ja sogar neue Kernkraftwerke mit Dual Fluid und so, die ja sogar den eigenen Kernkraftmüll, der dabei besteht und so, dieses Problem mit der Endlagerung und so weiter in den Griff bekommen. Wie es immer so ist, wenn man Technik weiterentwickelt, ist ja völlig normal. Das erste Auto damals, also da auch extreme Abgase und so weiter und jetzt die Autos sind sehr viel besser und so. Gut, lassen wir das Abgasthema und den Skandal mal kurz beiseite. Realistisch ist meiner Meinung nach es trotzdem noch nicht so wirklich oder hochwahrscheinlich, dass diese Beschwerde Erfolg hat. Aber in Deutschland ist wie immer alles möglich. Schauen wir mal.